Ein Tag für die Familie. Die DWP-Bank feiert ihren Family Day in Düsseldorf und dabei ist die Initiative Respekt. Weitere Kooperationspartner der DWP-Bank waren ebenfalls vertreten, so auch Benefit & Joy. Benefit & Joy ist gegründet von Bon Jovi-Fans im Jahre 2007, ein bisschen inspiriert durch die Arbeit von John Bon Jovi selber. Der eine ähnliche Organisation ins Leben gerufen hat und Häuser für Bedürftige baut. Und wir machen das auch, und zwar in Rumänien und Bulgarien. Bauen aber nicht nur ein Haus für eine bedürftige Familie, sondern unterstützen die Familie halt auch im Nachgang. Wir bringen Sachspenden in die Ortschaften, verteilen die in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister zum Beispiel an die auch wirklich bedürftigen Familien. Neben einem bunten Rahmenprogramm für Kinder las Schirmfrau Sandra Minnert aus dem Respekt-Kinderbuch Was ist eigentlich Rassismus vor? Ein Comic-Heft, welches den Jüngsten unter uns wichtige Fragen beantwortet. Und so ging ein Tag mit Spiel, Spaß, guter Laune und Respekt vorbei. Eine tolle Aktion der DWP-Bank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017